Wenn du kurz rasten willst, dann... Ist das deine Art zu sagen, dass du rasten willst? Nein. Ich sage das, weil du uns aufhältst. Wir müssen ihre Spuren wiederfinden. Ja, so ist es. Die Stängel sind da, aber jemand hat die Blume abgerissen. Werden Sie? Ah! Du bist verletzt. Es geht mir gut.